hallo mama hallo papa ich habe heute in der schule eine einladung zu einer studie bekommen schaut mal meine lehrerin hat gesagt dass man dabei helfen kann herauszufinden wie man am besten lernt aber wie funktioniert das das ist ja interessant hier steht dass du die forschenden des idea-zentrums dadurch unterstützen kannst dass du zum beispiel fragen beantwortet und aufgaben löst welche aufgaben und fragen es geht um denkaufgaben und fragen zum lernen in dem brief wird alles erklärt damit du aber genau weißt was auf dich zukommt kommt das forschungsteam vor beginn der studie in deine klasse und informiert dich noch einmal ausführlich über die forschungsziele was du machen musst und wie lange das dauern wird dann kannst du alle fragen stellen die du hast wenn wir danach noch fragen haben können wir die informationen entweder nachlesen oder das forschungsteam kontaktieren und was passiert mit meinen antworten gute frage die forschenden werden euch alles noch einmal genau erklären hier steht dass alle daten geschützt und vertraulich aufbewahrt werden müssen die forschenden die mit den daten arbeiten haben eine verschwiegenheitserklärung unterschrieben das heißt sie dürfen nicht über euch sprechen persönliche angaben zb namen können jederzeit gelöscht werden und werden auch nicht in den veröffentlichungen genannt die gewonnenen informationen schreiben die forschenden auf und veröffentlichen sie in fachzeitschriften wo andere personen sie lesen können auch die schulen und die politik werden über die ergebnisse informiert so dass die erkenntnisse in den unterricht eingehen können auch ich oder dein papa können fragen beantworten und so die bildungsforschung unterstützen muss man daran teilnehmen nein die teilnahme ist freiwillig nach der einführung in der schule kannst du dir überlegen ob du mitmachen möchtest wenn du nicht teilnehmen möchtest ist das auch in ordnung du kannst auch jederzeit sagen dass du nicht mehr mitmachen möchtest auch zwischendrin wir möchten dir die teilnahme ermöglichen und geben dir gerne eine schriftliche einverständniserklärung über die teilnahme ab wenn du dich dafür entscheidest okay ich freue mich bei der studie mitzumachen das macht bestimmt großen spaß da kann ich einmal zeigen was ich schon alles kann